Immobilien in Dubai kaufen, das höre ich jetzt von Maklern und irgendwelchen seltsamen Verkäufern und Fans von mir und Fragen auf Social Media und Investorenreisen nach Dubai. Unfassbar! Das heißt, man glaubt wirklich, die Welt geht alles nach Dubai und auf die Frage, ob man jetzt in Dubai Immobilien kaufen soll und wie ich dazu stehe, möchte ich euch in diesem Video eine Antwort geben. Und da hat es euch tatsächlich, also unfassbar, allein bei der Wiener Immobilienmesse, glaube ich, gab es fünf Makler, die plötzlich Apartments in Dubai verkauft haben und auch in Deutschland lernen sie herum. Sie investieren, organisieren Investorenreisen zu anderen Investoren in Dubai und da werden Networking-Dieners gemacht und dann kommen plötzlich irgendwelche Verkäufer, die vorher Nahrungsergänzungsprodukte und Schönheitscremes verkauft haben und wollen die Immobilien in Dubai verkaufen. Es ist unfassbar, was da alles herumsträuchelt. Aber für mich ist das immer ein erhebliches Wahnsinn. Das Einzige, was ich auch noch immer höre, ist jetzt Nordzypern, was nicht einmal ein eigener Staat ist. Aber nur mal zum Verständnis, in Deutschland sind beispielsweise die Immobilienpreise in vielen Städten sehr attraktiv, aber da will plötzlich niemand investieren. Aber ich habe auch noch nicht andere Leute gehört, die beispielsweise gesagt haben, investieren in London oder in Mailand oder in Lissabon oder in Dallas oder in Phoenix, nur um ein paar Beispiele zu geben, wo durchaus vielleicht attraktivere Märkte sind, wenn man sagt, Deutschland ist so böse, wie manche sagen, da stimme ich zwar auch nicht überein, aber immer nur Dubai und Nordzypern. Also wie eine Schafshörde, blöck, 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 Dubai, 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 Nordzypern, Dubai, 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 Nordzypern, Dubai, 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 Nordzypern ist unfassbar. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Bei mir ist es wirklich fast schon so, wie in den letzten paar Jahren in Deutschland, Österreich, wie alle gesagt haben, kaufen, 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 30, 35, 38-fach, 40-fach Potenzial, Superpotenzial, Nachgeschoss, Ausbau, kaufen, kaufen, ohne zu besichtigen, Versteigerungsverfahren, höher, 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 höher. Das Ergebnis sieht man jetzt, dass der Markt mal eine Korrektur macht. Und jetzt, wo es plötzlich attraktiv wird, wo plötzlich die Wiese leer ist und wenn nur einer von wenigen Käufern ist und die Dinge wieder wirtschaftlich attraktiv sind, da ist plötzlich niemand da. Also da kann man plötzlich freies Haus, um sich die besten Immobilien auszuwählen. Und das ist auch derzeit mein Eindruck von Dubai. Es ist richtig, Dubai wächst, aber Dubai ist ein sehr volatiler Markt. Vielleicht mal ein paar Kommentare zu diesem ganzen Modell. Das erste ist einmal, Dubai ist ein sehr volatiler Markt, ähnlich wie beispielsweise die Stadt Las Vegas. Dubai hatte schon mehrere Krisen, extreme Krisen, wo die Leute weggerannt sind, ihre Autos am Flughafen abgestellt waren. Das war 2001 bei World Trade Center, das war 2008 bei der Finanzkrise, wie auch Dubai praktisch pleite war und von Abu Dhabi gerettet wurde. Das war auch Anfang 2020 bei Covid. Das heißt, das ist ähnlich, ein Wildmarkt, der schießt drauf und der geht ja ordentlich runter. Es gibt andere Märkte, wie zum Beispiel die Schweiz, in Zürich oder in Zug, da ist der stabil, da ist immer viel Geld da, da geht es nicht so viel hinauf, aber da geht es auch nicht so viel hinunter. Vielleicht nur als Gegenwert, da sind eben Märkte wie eine wilde Hochschauband sind. Das zweite ist, Dubai hat verschiedene Risiken, die man auch nicht unterschätzen sollte. Dubai ist ein Emirat, das heißt am Ende, der Emir entscheidet, was Sache ist. Und das politische Risiko in Dubai ist nicht unerheblich, man darf nicht vergessen, der Iran ist auch nicht allzu weit entfernt. Auch kriegerische Auseinandersetzungen gab es in der Vergangenheit, dass mal Raketen auf Saudi-Arabien geflogen sind beispielsweise. Also es ist sicherlich ein überdurchschnittlich politisches Risiko, was auch übrigens für Nordzypern geht. Also wiederum, wenn ich jetzt das stabilste Land sehe, vielleicht die Schweiz, da ist es eher unwahrscheinlich, dass eine Rakete drüber fliegt, außer vielleicht zu Silvester. Also, aber auch Deutschland und Österreich gelten eher als stabilere Märkte, oder auch London beispielsweise, als jetzt politisch, als beispielsweise Dubai oder auch andere so wilde Märkte. Das dritte ist, dass Dubai erhebliche klimatische Risiken, das ist jetzt schon vier bis sechs Monate im Jahr zu heiß, es liegt auch direkt am Meer, ein steigender Meeresspiegel, könnte Probleme machen, nicht zu sagen, Dubai hat viel Geld, ja, auch Israel beispielsweise, oder liegt auch am Meer und ist auch sehr heiß und die haben auch sehr viele technologische Ressourcen, das ist eine sehr fleißige Bevölkerung, dort wird viel gemacht, die sind technologisch sehr weit und schaffen es auch, mit diesen Miedrigkeiten zurechtzukommen, trotzdem eine florierende Wirtschaft zu haben. Das kann vielleicht durchaus auch in Dubai der Fall sein, aber die Risiken, muss man sich klar sein, die sind nicht unerheblich. Und dann kommen auch die Dubai-spezifischen Risiken dazu, die man auch beachten sollte. Also erstens einmal die Bauqualität ist teilweise relativ mies, das heißt, um nur ein Beispiel zu geben, meiner Freundin hat da tatsächlich in einem Tower was gekauft und dann gab es einen Wasserschaden und dann sind ein paar Handwerker gekommen, mit einem Kübel Farbe, hat er drüber gewischt. Dann hat er gesagt, ich muss ihn fein, dann war wieder nach zwei Wochen Wasserschaden, ist klar, weil man drüber wischt, geht das Wasser nicht weg, sind zwei doppelt so viele Handwerker mit doppelt so viel Farb gekommen, aber es ist nicht repariert worden. Das heißt, die haben teilweise einen recht laxen Zugang zu Bauqualität und viele Towers sind nach 10 oder 15 Jahren doch in einem eher sanierungsbedürftigen Zustand, wenn man in Dubai auch mal war und sich das genauer ansieht, sieht man auch, dass es problematisch diesbezüglich ist. Das Nächste ist auch, dass viele Towers oder viele Dinge recht schlecht verkehrstechnisch angebunden sind, in Dubai auch ein großes Verkehrsmoloch geworden ist. Also auch das ist zu berücksichtigen. Und das Dritte ist, dass man auch entsprechend die Überkapazitäten in Dubai berücksichtigen muss. Ja, es kommen viele Leute nach Dubai, aber es wird extrem viel gebaut. Und wie überall, es wird Lagen geben, die vielleicht doch sehr gut sind, aber insgesamt wird sehr, sehr viel gebaut und die Ronditen, die ausgerechnet werden, sind vielleicht theoretisch machbar. Aber wenn man dann bei einer Kurzfristvermietung Leerstandsquote hat, oder auch bei einer Langfristvermietung nicht zu viel Miete kriegt, weil es einfach zu viel im Markt ist, ist das natürlich auch etwas, was man berücksichtigen muss. Und gerade auch so Towers, die sowohl die Betriebskosten als auch die Instandhaltungskosten sind nicht unerheblich. Und dann gibt es einen weiteren Punkt, der jetzt nicht für Dubai ganz spezifisch ist, aber für das, was oft von so MLM-Experten und Nahrungsmittelergänzungsverkäufern und österreichischen deutschen Maklern, die vielleicht einmal in Dubai auf Besuch waren und irgendwelchen sonstigen Leuten, die seltsame Investorenreisen organisieren, muss ich auch anschauen. Weil viele Leute in Dubai kaufen jetzt keine fertige Immobilie, sondern sie kaufen eine Immobilie, die ihnen irgendwann gebaut wird und zahlen, mache eine Anzahlung dafür. Ein Wischpapier für eine Hoffnung. Und dann versuchen sie, diesen Wischpapier weiter zu verkaufen, ob das Gebäude gebaut wird jeweils, ob der Bauträger vielleicht pleite geht, ob es keine Genehmigung gibt, ob vielleicht Finanzkrise ist und dann das doch nicht gebaut wird. Das ist wie die Reise nach Jerusalem, wo dann plötzlich immer die Sätze weggezogen werden und plötzlich ist nichts weiter da. Das heißt, man hat wirklich erst ein wertloses Stück Papier und oft ist das mehr so ein Kartenhaus, ein Kartenspiel. Und gerade Dubai ist extrem, was das betrifft, nämlich zwischen Sein und Schein. Ich war mal durchaus mit einem Vertreter einer renommierten Maklerfirma, ich sage jetzt nicht welche, zu Corona war ich über einen Monat in Dubai, haben wir es angeschaut. Und die haben mir gesagt, das ist ein ganz spezifisches Apartment für mich, das ist ganz toll und das ist eine Einzelbesichtigung, das möchte ich dir jetzt sagen. Ich habe gesagt, gerne. Ich bin dann zu seinem Büro gekommen und das war wunderschön, war ein herrlicher Einwahrungsbereich wie Tausende einer Nacht und die ganzen Pläne und alles wunderschön gestaltet. Okay, ich war natürlich positiv überrascht und impressed. Na ja, dann sind wir in sein Auto gestiegen, hat alles noch gepasst, bis wir bei den Turmbaren, weil plötzlich hat er das Apartment gefunden, angeblich so speziell, und dann war es eine Massenbesichtigung, was euch angesichts von Corona gar nicht gefallen hat und dann waren fünf andere Maklerleute dort, mit zwanzig anderen Leuten und irgendwie haben die nur ein typisches Apartment hergezeigt, aber es gab nicht einmal eine Individualbesichtigung der Apartements, die man kaufen konnte, weil dann habe ich gewusst, was verkauft wird. Okay, da war ich nicht mehr so amused, da habe ich gedacht, der, der lügt mich an und dann zum Abschluss habe ich mich wieder zurückgeführt zum Maklerbüro und dann musste ich nachher auf den WC dringen und dann ist er im Hinterhof geparkt, wo die Mitarbeiter geparkt haben und dann meinte er sich, ja, am Klo hat er ausgeschaut, so in Russland machen fallt er das Kommunismus, also es hat gestunken am Klo, alles mit Rissen in den Wänden und so weiter, also die Show ist groß und die Realität sieht oftmals ganz anders aus, das ist in Dubai sehr häufig und jetzt hast du noch ein Thema, was mir auch viele Lokale aus Dubai sagen, der Markt ist in den letzten, seit Mitte 2020 schon ordentlich gestiegen, da gab es doch 50, 60, 70 Prozent plus, das heißt die Lokalen sind derzeit etwas vorsichtig, weil eben der Markt schon einen Weg nach oben hingelegt hat und der derzeit eher überlaufen wird von Stupid Money, wie man so schön sagt, also dummen Geld und das ist auch das Thema, das vielleicht jetzt auch der falsche Zeitpunkt ist, entsprechend dort zu investieren, weil tendenziell sind weltweit überall die Immobilienpreise aufgrund der höheren Zinsen in der Krise und wenn in Dubai der Markt auch trotz der Zinsen stark gestiegen ist, ist das natürlich auch ein Hinweis, dass es eine Blasenbildung geben kann, so wie es ja auch in vielen Märkten in Österreich, in Deutschland, in Skandinavien, in Frankreich, in Amerika, auch Blasen gegeben hat, die sich jetzt entsprechend gerade entladen, beziehungsweise entladen haben. Das heißt, selbst wenn du in Dubai leben würdest, wäre vielleicht jetzt eher eine Zeit, eher vorsichtig zu werden und lieber nicht zu investieren, wobei vielleicht vor einem oder eineinhalb Jahren, wenn du dich in Dubai wirklich ausgekannt hast, gute und schlechte Lagen, gute und schlechte Bauträger und all das entsprechend genau gekannt hast und was man wirklich in der Vermietung erzielen kann, welche Auslastungszahlen man bei einer Kurzfristvermietung erzielen kann, welche Abgaben, welche Kosten entsprechend alle anfallen, dann hättest du sicherlich ein gutes Geschäft machen können, aber da musst du dich lokal auskennen, du musst wirklich vor Ort leben und die MWL-Mikrolagen, den entsprechenden Turm, den entsprechenden Bauträger, all das kennen, aber das kannst du nicht aus Österreich und aus Deutschland heraus, wenn du da einmal hinflickst und das können auch die ganzen Bullshit-Vermittler nicht, die einfach nieder das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist alles Bullshit. Das ist ja fast so schlimm wie die Krypto-Raubzügler, die dann irgendwelche Super- und Truppocoins verkaufen und selbst keine Kohle haben. Also das vielleicht mal als Hinweis, aber selbst für den Lokalen, die ich kenne, die dort leben, sagen, eher jetzt vorsichtiger werden. Das heißt, es ist gerade der Boom voll im Gang, aber irgendwann ist, wie jeder Boom auch mal, ein Ende in Sicht. Und daher, glaube ich, jetzt gerade, wo alle fragen, Dubai, Nordzypern, das ist für mich ein untrügliches Warnsignal, no fucking way. Und das zweite untrügliche Warnsignal ist für mich, wenn irgendwelche seltsamen Typen, die eigentlich keinen blanken Schimmer von irgendwas, und schon gar nicht von Immobilien und Geld haben, mir dann plötzlich von der Dubai-Immobilie in der großen Chance und Opportunität erzählen. Das weiß ich, da renne ich so schnell weg, als ich wegrennen kann. Weil da weiß ich, die machen nur eines, die stehlen mein Geld und nehmen mein Geld und das werde ich nie, nie wiedersehen. Und vielleicht jetzt eine Sache, und das gilt überall, ja, Dubai ist durchaus eine Weltmetropole, die sicherlich volatiler ist als andere, die auch politische Risken hat, aber gehört sicherlich, zweifelsohne, zu den Weltmetropolen, die auch langfristig zumindest eine durchaus positive Entwicklung hat, weil sie zumindest jetzt, aus jetziger Sicht, relativ vernünftig geführt wird. Aber, auch in der Weltmetropole, wie New York oder San Francisco oder London oder auch Frankfurt, wenn du jetzt sagst, deutsche Metropole oder Berlin oder München oder Wien oder ähnliches, also auch lokalen Metropolen, gibt es Zeiten, wo alles zu teuer ist und wo zu viel Stupid Money Markt ist. Und dann gibt es Zeiten, wo es wieder attraktiv wird. Und wie bei allen brauchst du auch sehr, sehr, sehr viel Know-how. Und zwar, du musst dich wirklich lokal gut auskennen. Wieso kann ich in Frankfurt gute Geschäfte machen? Weil ich mit allen auskenne. Wenn mir jemand eine Lage zeigt, kann ich schon von meinem Computer aus wissen, ist die gut, ist die schlecht? Vielleicht kenne ich sogar das Gebäude, welche Miete kann ich erzielen? Wo sind irgendwie die Probleme? Mein Gutachter hat es vielleicht schon mal vor 15 Jahren gesehen und kennt die Historie. Okay, dann mache ich gut das Geschäft und dann kenne ich auch noch die Fördermöglichkeiten und die steuerlichen Möglichkeiten, die andere nicht kennen und dann mache ich ein überdurchschnittliches Geschäft. Und wenn ich das mit dem richtigen Timing wie jetzt verbinde, mache ich ein sehr gutes risikoarmes Geschäft. Und dasselbe gilt für jede Stadt. Aber Tatsache ist, du brauchst Know-how und du darfst nicht dann hingehen, wenn das ganze Stupid Money hinrennt und sagt Bye, bye, bye. Und in Dubai sehe ich derzeit zu viel Stupid Money und zero Know-how. Würde ich sagen, Dubai ist definitiv ein No-Go, nein. Aber, wenn jetzt wieder in der Financial Times steht, Financial Crisis in Dubai, people leave their cars at the airport und flee Dubai. Und wie gesagt, es hat sich in der Vergangenheit schon ein paar Mal gegeben und wir wiederkommen. Dann buchst du Semmerats-Tickets und sitzt am Flieger nach Dubai. Aber dann kaufst du noch lange nichts und dann gibst du dich auf eine Reise durch Dubai, du suchst lokale Kontakte, die dir in den Markt zeigen, gehst die Straßen, die Lagen ab, schaust dir die Tower an, schaust dir die Mieter an, schaust dir die Mieten und alles an, erkundigst dich, für das Recht trägst du mit Anwälten und Steuerberatern und so weiter und gehst mal 30 Wohnungen besichtigen. Und dann, wenn alle sagen, Hilfe, die Welt bricht zusammen, dann kaufst du zum jetzigen Preis, wo du jetzt eine kaufst, kriegst nachher Fünfe. Dann machst du ein gutes Geschäft. Vermutlich sogar ein sehr gutes und risikoarmes Geschäft. Aber unter der Voraussetzung, dass du das Know-How hast, dass du fertige Immobilien kaufst und nicht irgendwelche Zetteln und dass das Timing richtig ist. Und wie gesagt, jetzt ist gerade der deutsche Immobilienmarkt und der West-Österreichische sehr attraktiv, vielleicht eine einmalige Chance, seit Langen wieder, eine sehr gute Kaufgelegenheit für Prime Real Estate und ich weiß es, weil ich selbst gerade was gekauft habe und noch was dazu kaufe. Und auch andere Städte, sei es jetzt Mailand oder sei es London beispielsweise, was auch Weltmetropolen durchaus sind und die auch nicht verschwinden werden, die auch wirtschaftlich stark sind, wohlgemerkt, sind derzeit durchaus zu attraktiven Konditionen. Gibt es Sachen? Also wenn ich sage, ich will Patronik Deutschland und Österreich, kann man ja doch woanders hinschauen oder wenn man sagt, ich will weiter weg, ich will eine Abenteuerreise machen, abgesehen davon, dass das bei Immobilien sehr schwierig und teuer ist, aber wenn du sagst, ich will das unbedingt machen, weil du bist ja auch weit weg, ist ja auch Dallas oder Austin oder Phoenix oder Atlanta oder Charlotte durchaus eine Prüfung, weil auch dort sind derzeit wieder die Preise durchaus attraktiver und dann werde ich mal mein Köpfchen einschalten, bevor ich was tun, dann muss ich mal mein Know-how sammeln. Wenn du so denkst, wirst du Geschäfte machen. Wenn du jetzt in den Chorus der Schreienden bist, Dubai Immobilien, Dubai Immobilien, Dubai Immobilien, Nordsypanie Immobilien und dann vielleicht hinreinst und dein Geld investierst, dann wird dir das passieren, was den Leuten, die in 2021 in Kryptos investiert ist, passiert ist, nämlich sie werden ihre Wunden lecken und das Geldfeld suchen und dann wird ja das passieren, was Leute, die hochgeleveraged zum Faktor 38 in Frankfurt und Berlin und Wien und Innsbruck die Immobilien gekauft haben, die schnappen jetzt nach Luft beziehungsweise nach Geld, weil sie gerade knapp an der Pleite sind und eigentlich nicht wissen, ob sie noch solvent oder insolvent sind. Und ich wünsche euch, dass ihr euch wirtschaftlich Gehirn einschaltet und nicht deppert wird's, weil das sind undrückliche Signale, die es in jedem Markt gibt, dass man bei manchen Dingen muss man wegreden und dann, wenn alle sagen, die Welt bricht zusammen, dann muss man entsprechend sehr aggressiv sein und das gilt genauso für Dubai, mit den spezifischen Dubai Risken, wie es für London gilt, wie es für Frankfurt gilt und Berlin und Wien und Kufstein und Dornbirnen und Braunschweig ist es völlig egal und es ist auch völlig egal, ob es Immobilien sind oder Aktien oder Kryptos oder ähnliches, die Regeln sind immanent und die Leute sind einfach immer zu blöd, deswegen gibt es halt wenig Reiche, vor allem die reich bleiben und viele Arme und wenn du gescheit bist, kannst du mit wenig Risiko gute Geschäfte machen und damit langfristig am gedeckten Tisch sitzen und reich werden. Und weil jetzt gerade die Marktsituationen in Deutschland und Österreich so attraktiv ist, biete ich dir die Möglichkeit, an meinem kostenlosen Immobilien-Webinar teilzunehmen, wo ich genau auch über diese Themen spreche, wie ich Immobilien einkaufe und bewerte und wenn du daran Interesse hast, es zu erlernen, dann klicke jetzt auf den Link und melde dich an. In der Zwischenzeit wünsche ich dir alles Gute und sehr viel Erfolg. loses. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. hältstipps Jordy hältstipps Jordy